Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen, freshen Infovideo auf unserem Kanal. Wir haben ein paar Fragen von euch bekommen und die möchte ich jetzt gerne beantworten, beziehungsweise haben wir selber ein paar Fragen an euch und ja, in diesem Video gehen wir darauf ein. Also viel Spaß. Als erstes haben wir öfters mal die Frage gestellt bekommen, wann kommen eigentlich immer eure Spiele raus, also eure Videos, wann kommt zum Beispiel immer eigentlich Minecraft raus, wann kommt immer Art und so raus und wir machen das schon seit einer geraumen Zeit, dass wir halt wirklich alle unsere Spielzeiten, also immer wann welches Spiel kommt, steht immer in der Kanalinformation auf unserem YouTube-Kanal. Geht einfach auf unsere Seite, auf unserem YouTube-Kanal und dann könnt ihr ganz rechts bei Kanal-Info, da könnt ihr immer, bevor die eigentliche Kanalbeschreibung kommt, immer unsere aktuellen Spielzeiten sehen, wann welches Spiel an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit erscheint. Als zweites wollten wir uns megamäßig bedanken bei euch und zwar ist dieses Twitch-Prank-Videos, was ja unter die Kategorie Netpranks wahrscheinlich dann irgendwie jetzt läuft, da wollten wir uns bedanken, dass es so gut angekommen ist, dass da so viel Feedback kam von euch und dass ihr da auch gefordertet, mehr, wir wollen mehr! Und das sollt ihr auch bekommen. Ja, da haben wir noch viele, viele, viele Ideen, was wir auf jeden Fall machen wollen. Es wird sich halt nicht nur aufs Twitch belaufen, so viel kann man schon mal sagen. Es werden halt ein gemein Netpranks sein, das heißt, naja, vielleicht ein bisschen in Form von Spielen, die Leute ein bisschen trollen oder vielleicht halt Twitch natürlich auch weitermachen. Also in der Richtung wird auf jeden Fall noch viel kommen. Danke auf jeden Fall, dass ihr das so unterstützt habt, das so toll fandet und für euer Feedback. Da freuen wir uns auf jeden Fall sehr, sehr viel drüber. Und ich finde es irgendwie auch ein tolles Projekt, weil es ist ja nicht nur, dass wir die Leute wirklich extrem verarscht, sondern man macht ja Witze mit denen und disst sie ja nicht. Und ja, er kann lachen, also derjenige, der geprankt wurde und wir und ihr als Zuschauer natürlich auch. Und ich denke, da haben wir an dieser Stelle alles richtig gemacht. Also, zur Weiteren geht es noch um die Vlogs. Und zwar habt ihr schon festgestellt, wahrscheinlich nehme ich mal an, dass ja doch ab und zu mal ein Vlog auf unserem Kanal kommt. Das liegt daran, dass wir halt bzw. gerade ich so ziemlich Fan davon bin, das Ganze zu machen und auch zu schneiden. Aber es ist natürlich hauptsächlich ein Let's Play Kanal und deswegen kommt das jetzt relativ unregelmäßig. Und wir sind ja sowieso eher Fans davon, wirklich ein Vlog zu machen, wenn der in irgendeiner Form Sinn ergibt. Und mit Sinn ergibt, meine ich, wir nehmen ja nicht unsere Kamera zum Beispiel, wie andere das machen irgendwie überall mit hin, sondern wir machen wirklich nur ein Vlog, wenn wir denken, okay, jetzt können wir den Zuschauer auch wirklich was Interessantes zeigen, was ihn auch wirklich vielleicht interessieren könnte. Und deswegen kommt das unregelmäßig raus und ist nicht im festen Spielplan wie unsere Let's Plays. Ja, und zu guter Letzt wollen wir halt noch uns, ja, haben wir uns noch gefragt, wir haben da damals schon eine Umfrage gestellt, es geht um unser Minecraft-Projekt, wer das ein bisschen verfolgt weiß, dass wir eine unterirdische Stadt in einer Höhle bauen. Und natürlich immer, dass wir auf euren Kommentaren mit drauf eingehen, was sollen wir als nächstes bauen, wer von den Abonnenten möchte da jetzt fiktiv zum Beispiel einziehen. Und, ja, wir brauchen aber letztendlich immer noch einen Namen für die Stadt, da hatten wir schon mal eine Umfrage gestartet. Und, ja, falls ihr eine Idee habt, ich meine, es ist ja eure, es ist ja unsere aller Stadt, die wir Minecraft ja bauen, aber wir möchten gerne einen Namen von euch da haben, wie wir denn diese Stadt nennen können. Also, falls ihr eine coole Idee habt, wie wir die Stadt nennen können, dann schreibt es einfach uns eben wieder bei Facebook oder unter irgendeine Minecraft-Folge oder unter dieses Video in die Kommentare rein und, ja, dann können wir uns das ja mal ein bisschen durchlesen und gucken, was wir da für Kunden dann nehmen können. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn da ein bisschen was von euch kommt. Das war's auch schon mit dem kleinen Infovideo, wie gesagt, alles nochmal angesprochen und, ja, wir wollen uns auch an dieser Stelle nochmal echt bei euch bedanken. Das letzte und auch unser erstes Jahr auf YouTube war wirklich schön. Wir haben schon viel gemacht und auch schon verhältnismäßig viel geschafft und wir hoffen natürlich, dass noch viele, viele weitere coole YouTube-Jahre mit euch gemeinsam kommen. An dieser Stelle, danke Leute, ihr seid die Besten, bis zum nächsten Mal, die Ungleichen.